Ja, hallo ihr alle. Vielen Dank, dass ihr da seid. Das ist jetzt schon mal der erste Eindruck unserer etwas chaotischen Gruppe des LernOS Leitfadens Change Management in IT-Projekten. Und Thomas wird jetzt ein bisschen was erzählen, was wir uns gedacht haben, wie wir zusammengekommen sind. Und wir haben ungefähr, ich würde mal schätzen, 45 Prozent schon mal nicht fertig. Aber wir sind auf einem guten Weg und haben uns überlegt, wie wir den strukturieren, wo wir die Agenda jeweils hinstellen, welche Inhalte wir für welche Woche vorsehen. Und haben schon zwei bis drei Wochen auch schon fast fertig geschrieben und hätten jetzt gerne von euch heute Feedback, vielleicht auch noch Tipps, was man eventuell dazu packt oder was man vielleicht auch besser machen kann. Und dann hätten wir natürlich gerne noch ein bis fünf Menschen, die mit uns mitmachen und uns unterstützen in unterschiedlichen Funktionen. Also das kann teilweise gerne Menschen sein, die schon oft Change-Projekte gemacht haben und nochmal lesen und reviewen. Hallo Harald. Und solche, die vielleicht auch Sketch Notes oder ähnliche Geschichten beisteuern wollen, wie wir unseren Leitfaden etwas hübscher machen können und natürlich auch Menschen, die Inhalte beitragen zu den unterschiedlichen Wochen. Wir haben noch einige Wochen, die noch nicht hundertprozentig vergeben sind. Genau. Jetzt stellen wir uns das Team noch mal ganz kurz vor, wer alles dabei ist. Wir haben unser letztes Mal, letztes Jahr hier das erste Mal getroffen, hatten dann eben ein paar Online-Meetings. Und genau, wer ist dabei? Silvia. Dann haben wir die Marianne noch dabei. Ich weiß nicht, gestern warst du vor Ort, heute ist die Marianne online dabei. Genau, hallo. Hi Marianne. Dann die Katrin Elsner. Katrin ist nicht dabei heute hier, ist auch nicht so in der LNOS-Community, die war lang bei Roche und anderen Firmen, hat da schon große IT-Change-Projekte begleitet. Also super, dass Katrin dabei ist. Wir haben den Rainer dabei. Genau. Und dann, wie so oft, ein paar waren am Anfang dabei, die hatten jetzt, wie so auch immer, nicht so viel Zeit mehr. Gehe ich vielleicht gar nicht mehr weiter drüber. Das war jetzt so das Team, was daran gearbeitet hat. Eine weitere, bevor wir zu den Inhalten kommen, vielleicht nochmal eine weitere Info, denke ich, die wichtig ist, ist, wer ist überhaupt die Zielgruppe? Und da haben wir noch lange drüber geredet. Seht ihr jetzt ein bisschen hier auf dem Whiteboard. Wir haben Personas entwickelt, haben dann, haben uns dann eben überlegt, für wen macht die Zielgruppe am meisten Sinn? Es gibt da verschiedene Menschen, die von IT-Projekten und Veränderungen betroffen sind oder die vielleicht selbst treiben. Und ja, unsere Entscheidung war letztendlich, dass es jetzt nicht die Change-Experten sind. Ich denke, die wissen vielleicht eh schon Bescheid. Da müssen wir auch viel tiefer gehen. Die Idee war eher Projektleiter aus dem IT-Bereich, Manager, also die dann IT-Projekte und den Wandel eben bei einer Einführung, beim Rollout zum Beispiel vorantreiben. Seht ihr jetzt hier ein bisschen prototypisch, wie die aussehen können und eben, was so eine Person ausmacht. Und natürlich, was man sich hier auch fragen kann, was sind jetzt überhaupt die Ziele von so einem Leitfaden? Also sicher ein bisschen Bewusstsein entwickeln für das Thema, was man immer wieder merkt. Viele setzen Change-Management mit Projektmanagement gleich. Das hat schon eine Überlappung, aber ist natürlich nicht das Gleiche. Also hier so ein bisschen Grundlagen zu vermitteln. Erwährendes und Reflexion auf jeden Fall sind auf jeden Fall die Ziele. Und die Zielgruppen, wie gesagt, alle Menschen, die aktiv beim Change oder bei einer Veränderung dabei sind, aber jetzt nicht unbedingt die Change-Agents, der Change-Management lebt. Und, gibt es noch was, vielleicht Fragen oder Kommentare vom Team? Damit die Leute nicht heftig suchen, dieses Concept-Board, das ist unsere Plattform. Das ist nicht das offizielle LostCon-Board, weil ich habe auch gesucht und das ist unsere Plattform. Da können wir, glaube ich, nicht drauf verlegen. Macht keinen Sinn. Das ist das Feedback von unserem Whiteboard, genau. Das habe ich da einfach als Ausbruch mal reinkopiert, aufs LostCon-Board, ja. Ja. Sorry, dass meine Kamera leer ist, das Ding hat nur noch irgendwie 20%. Wenn ihr sagt IT-Projekt-Change, wenn ich jetzt da mal so ein Kniff hin male, simpel, kompliziert, komplex, chaotisch. Change-Management gibt es ja die klassische IT-Change-Management-Geschichte, installieren, ausrollen, was weiß ich was. Also ich sage jetzt mal, da wären wir eher in einer komplizierten Welt unterwegs. Wenn ich dann hergehe und das Ganze ist irgendwie Cloud-Based Software as a Service Evergreen, dann gehe ich schon ein bisschen Richtung komplex. Und wenn ich dann das Ganze noch Menschen antue, dann wird es richtig komplex. Wofür genau jetzt zielgruppenmäßig würdet ihr es einordnen? Geht es um die Menschen, die damit umgehen sollen oder geht es um das Projekt, die eine IT einführen sollen? Es geht um die Menschen, also es geht eindeutig um die Menschen. Also es geht darum, was passiert mit Menschen, welche Rollen haben Menschen, welche Handreichungen haben wir für Menschen, die in Change-Prozessen, in IT-Projekten unterwegs sind. Und es geht nicht um den Change der IT-Projekte, sondern es geht sozusagen um die weichen Faktoren, um das Drumherum. Es geht darum, denjenigen, die null Ahnung von Change haben oder wenig Ahnung von Change haben, aufzuzeigen, wie funktioniert so ein Change-Prozess. Was ist zu beachten, wie nehme ich Menschen mit, wie installiere ich Lernen in IT-Projekten oder in Change-Projekten? Also all diese Dinge, was ist mit Kommunikation? Und wir haben das versucht, anhand eines Change-Modells sozusagen abzuhandeln. Vielleicht geht Thomas mal in die Inhalte der Woche. Und ich kann ja vielleicht nochmal meinen Hintergrund schildern. Ich bin ja von SAP und was uns eigentlich gerade umtreibt, sind die Tausende von großen S4H-Nahmen, andere Projekte, die manchmal nur als IT-Projekt gesehen werden. Aber da werden nicht immer Menschen und Prozesse und Verantwortlichkeiten, ja, sind da betroffen. Und je größer das ist, wenn es jetzt in die Cloud geht oder wenn es dann eine Business-Transformation ist, ist es nachher noch krasser. Und jetzt auch unser Plädoyer natürlich, weil ich denke, das wissen wir alle, wenn du jetzt das nur technisch siehst und prozessmäßig, dann kann es halt viel eher scheitern. Und das ist so mein Hintergrund, auch da eben im Endeffekt eine Befähigung, auch für Leute, die in so S4H-Nahmen-Projekten arbeiten, die zu sensibilisieren, um so die menschliche Seite von einer Veränderung mitzudenken. Warum habt ihr es nicht Change and Adoption genannt? Ach, wir haben, ja, wir haben ewig lang über den Namen diskutiert. Ich bin für Change, ist halt auch sehr taktisch. Wir haben zum Beispiel gesagt, Veränderung gestalten bei IT-Projekten war zum Beispiel auch eine Idee. Change and Adoption, also wäre vielleicht auch eine Option, da haben wir jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht so. Gibt es ein paar weitere Ideen, wie Veränderung gestalten, weil Change ist auch, wird es nicht immer positiv behaftet. Change and Adoption ist auch gut. Ja, ja. Jetzt Adoption verstehen halt auch nicht alle, also bei uns ist sogar der Teamname, mein Team heißt Training and Adoption, dann muss das auch immer jedem erklären, was also vielen Leuten jetzt nicht so aus dem Kontext kommen muss, erklären, was bedeutet Adoption. Und es hat jetzt nichts mit Kinder adoptieren zu tun, sondern mit Anwenderakzeptanz und so weiter. Aber es ist ein guter Punkt, können wir auf jeden Fall aufnehmen, nochmal. Das ist auch eine Entwicklung, ist auch eine tolle Change-Metapher, Kinder kriegen. Aber, also ich kann ja vielleicht mal auf die Struktur eingehen, also bei jedem Leitfaden haben wir da schon ein paar Sessions dafür aufgebraucht, zu diskutieren. Wir hatten am Anfang eher so eine Art Prozess, also man kann auch, gibt da verschiedene Veränderungsmodelle, kennt ihr vielleicht, von Kotter bis, bis, bis von, wie heißt es nochmal, fällt mir gerade nicht ein. Also, ja genau, manche sind halt eher so, die Tätigkeitsbereiche zusammenfassen, so die Praktiken und manche sind eher am Prozess eben. Und was wir jetzt gedacht haben, ist vielleicht auch für den Leser, der jetzt das Thema nicht so kennt und die vielleicht ein anderes Modell haben, haben wir einfach mal versucht, die verschiedenen Themenbereiche zusammenzufassen, also so als Hintergrund und auch, wie man von der Denke kam. Proski, meine ich, ist ja auch ein Modell, was viele nutzen, ADKAR zum Beispiel. Genau, soll ich einfach mal kurz durchgehen und dann Feedback oder wie sollen wir es machen, was meint ihr? Also, wir haben immer zwölf Wochen beim LernOS-Guide. Natürlich Woche 0, Kennenlernen, Organisatorisches, haben wir ein paar Sachen schon aus anderen Guides kopiert. Danke, Magnus und Reinhardt. Ich habe das schon gehört. Ja klar. Und teilweise auch noch weniger Text und lieber mehr verlinken auf die Cognon-Seiten. Genau, dann ein Intro, warum Change Management überhaupt? Da kurz mal ein paar Modelle erklärt, um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, um was geht es überhaupt? Also, wie gesagt, ADKAR zum Beispiel oder Kotal ist ja auch ein Evergreen eigentlich. Kann man zwar alles kritisieren, gerade als Experte und fehlt da nicht das Agile und überhaupt. Aber gerade für so eine Hinführung haben wir gedacht, ist es ganz gut. Und auch nochmal kurz erklärt, was ist jetzt in IT-Projekten besonders? Weil natürlich ist bei einer Merger, bei einer Reorg, bei einer Kulturentwicklung, was ja auch alles Veränderungsprojekte sind, hast du andere Dimensionen, hast du halt nicht zum Beispiel die Software oder die Infrastruktur, die halt einiges vorgibt. Ja, also genau. Das haben wir nochmal ein bisschen rausgestellt. Natürlich mal ein paar Cutters dazu. Das zweite war Rollen im Change Management und Change Verstehen. Auch jetzt, zum Beispiel, was macht der Change Agent? Auch zusammenarbeiten mit dem Projektleiter und so weiter. Gibt es auch natürlich wie immer verschiedene Möglichkeiten, wo ist der aufgehängt, organisatorisch und so weiter. Dann Woche drei, Change Verstehen, Zielsetzung und Purpose. Also das ist ein wichtiges Thema. Die Vision, die Mission am Anfang von Projekten, ob das ein IT-Projekt ist oder was auch immer, zu beschreiben. Am besten habe ich mir ein Management-Team. Das ist dann das nächste. Stakeholder-Alignment. Und Stakeholder-Alignment, haben wir gedacht, ist doch relativ wichtig. Da haben wir das erste Kapitel rund um Stakeholder-Management, die Arten von Stakeholdern und wie man das analysiert. Und dann vor allem das Thema Leadership-Alignment nochmal kurz zum Anreisen. Weil jetzt ohne das Management oder im Zweifel, wenn die dagegen sind, dann ist es natürlich immer schlecht. Auch beim IT-Projekt natürlich. Genau. Und das zweite war das Thema Stakeholder-Management. Das Thema Awareness auf People-Seite. People-Readyness. Das nächste dann ist Kommunikation. Also oft wird Change-Management nur auf Kommunikation und Training reduziert. Ist natürlich mehr. Deshalb auch zwei Wochen Stakeholder. Aber wir haben dann zwei Wochen auch für Kommunikation. Also wir machen so ein Konzept, wir machen einen Plan, aber auch Formate, Materialien, dass sich den Kopf und das Herz zum Beispiel, also die Emotionen ein bisschen mit ansprechen kann. Da haben wir noch nichts. Da gibt es nur Freiwillige. Aber kann ich vielleicht gerade noch danach nochmal dazu kommen, wie der Status ist. Dann Training, Wissenstransfer und Lernen. Klar, die Menschen befähigen. Das können. Vom formellen bis zum Workplace-Learning und vernetzten Lernen. Dann haben wir beschrieben. Das war eigentlich auch wichtig. Also auch die verschiedenen Zielgruppen. End-User versus Experten. Wir haben natürlich andere Lernbedarfe. Dann das Thema Change-Community und Netzwerk. Ist eine Woche. Dann Feedback und Monitoring. Ist ein Thema. Ein Thema ist organisatorische Veränderungen. Also jetzt im Rahmen von IT-Projekten. Also auf Rollen- und Org-Ebene. Und das Letzte ist dann Retro und Celebration. Genau. Ich weiß nicht. Ich kann es halt nochmal kurz sagen, wo wir stehen. Wir haben 0 und 1. Haben wir jetzt schon mal geschrieben und gereviewt. Wir haben 8 geschrieben und heute gereviewt. Nochmal. Sonst haben wir ein paar halbfertig. Welche sind nochmal halbfertig? Also weit, weit, bevor wir, also ihr seid mit Woche 2 schon relativ weit. Dann Woche 9 hat schon. Woche 9 geht es um das Thema. Hallo. In Woche 9 geht es um das Thema Communities. Da habe ich nicht nur mit der Anja Lomatsch dann zusammen und weitergearbeitet, sondern auch jetzt ganz enge Bande mit dem Community Management Guide Team geknüpft, um uns möglichst redundanzfrei auf das, was für uns wichtig ist, zu konzentrieren. Da wird man nicht alles abschreiben, was schon in einem anderen Community Guide drinsteht. Und dann verlinken. Und dann verlinken, genau. Gibt es noch Kommentare oder sonst? Bezüglich der Personas, ich habe nur mal so kurz durchgeschaut. Ich habe es jetzt nicht exakt gesehen. Welche Personas habt ihr jetzt identifiziert als relevant dafür? Also nur im Hintergrund vielleicht ein bisschen zu erklären. Wir haben ja einige solche Projekte durchgefangen. Was bei mir immer wieder kommt, sind zwei Faktoren. Das eine ist, dass es besonders gut funktioniert hat, wenn es nicht nur einen IT-Board-Gleiter gibt, der Change versteht, sondern auch einen Business-Representative, der Change versteht. Also beide so Tandem-Geschichten. Und das Zweite, was mir noch aufgefallen ist bei dieser ganzen Geschichte, ist, dass diese Veränderung, die wir erreichen wollen in den Projekten, ja halt so viele Faktoren hat, die man damit rein noch rechnen muss, organisational. Mit diesen Personas, ich will nochmal genauer darauf verstehen, was ihr da identifiziert habt, weil das habe ich jetzt noch nicht zu kurz gesagt, aber nicht ganz. Also ich finde das ein entscheidender Punkt. Und wer ist genau diese Zielgruppe für dieses Training und welche Personen sind das jetzt eigentlich? Weil das hat besonders, ja wie gesagt, ich sehe es halt mehr wie so ein, also wenn ich jetzt dieses Training durchfahre, kann ich das dann? Oder habe ich dann Awareness noch? Also bin ich danach in der Lage, ein komplexes Change-Projekt, was organisationsübergreifend in der Firma gestartet wird, durchzuziehen? Ist das die Erwartung? Oder ist es einfach nur ein allgemeines Erwärmnis, was ist Change und warum ist das wichtig? Was jetzt dann vielleicht eher für IT-Entscheider möglicherweise eine wichtige ist? Also ich habe jetzt mal die Personas rausgesucht, die wir identifiziert haben. Wir haben eine Persona gemacht für Change-Managerin, Change-Agent, Projektleitung IT. Dann haben wir, wie komme ich denn jetzt hier nach oben? So, dann haben wir für einen normalen Mitarbeiter in Anführungsstrichen, also Projektmitarbeiter und wir haben eine Persona für Leiter-IT-Abteilung. Und du bist vielleicht so nett und sagst uns noch, welche Rollen noch interessant sind. Du hast eben gesagt, der Business-Part. Das ist eben ein IT-Verantwortlichen gibt, der ein Projekt umsetzen will. Und die kommen dann zu mir und sagen, ja, wie machen wir das jetzt? So, und dann gibt es halt so ein unzimmiges Projekt rein. Ich bin dann über mehrere Monate dabei, begleite es in der Art und Weise als Tandem sozusagen. Ich vertrete sozusagen die Netzwerke und leite die Kommunikation so ein bisschen an in der Richtung. Also ich bin nicht derjenige, der kommuniziert, aber der, die so berät oder versucht, die zu beraten, was das betrifft. Also ich habe so eine Zwischenrolle, die da jetzt noch nicht steht. Ja, deswegen habe ich ja nachgehakt. Also solche Dinge sind natürlich sehr interessant für uns, um das einfach mit aufzunehmen, um nicht irgendwie auf der grünen Wiese zu bleiben, sondern auch die Realitäten ein Stück weit mit abzubilden. Also die Realitäten sind unterschiedlich, dessen sind wir uns bewusst. Der zweite Punkt, den du nachgefragt hast, ist bezüglich der Awareness. Also wir glauben nicht, dass jemand, der den Leitfaden durchgearbeitet hat, danach einfach ein IT-Change-Projekt macht. Aber das, was wir hoffen und erwarten, ist, die Menschen insofern fit zu machen, als dass sie ein sehr großes Verständnis haben und dass sie auch in Teilen die richtige Erwartung haben, was kommt auf mich zu und welcher Part oder wo muss ich praktisch als Betroffene in Anführungsstrichen auch aktiv werden. Also zum Beispiel das Thema Kommunikation oder Lernen oder wie vernetze ich mich etc. Also explizit war die Diskussion, dass jetzt der Change Manager, also der Super-Expert in Change Management ist nicht die Zielgruppe, sondern mehr so die am Projekt Beteiligten, die das auch mittreiben, gerade Awareness, aber auch so ein gemeinsames Verständnis und Sprache und natürlich auch die Kollaboration, auch nochmal ein Netzwerk. Vielleicht kannst du daraus dann sogar das Change Agent-Netzwerk draus machen. Das Problem ist ja auch, wenn ein Change Manager kommt, irgendwas für ein Guiding Coalition oder was auch immer erzählen, dann gucken, verstehen es dir vielleicht viele gar nicht. Ich denke, da kann sowas sicher helfen, wenn du mal alle auf den gleichen Stand bringst und die das reflektieren. Das hat so die menschliche Seite von Veränderungen. Ja, du. Ja, hallo, nochmal der Rainer. Ich schwenke die Kamera bei Florian. Ihr habt jetzt beide schon einige Punkte angesprochen, die mir jetzt auch wichtig waren. Und bei mir geht es auch immer darum, die Betroffenen, in Anführungsstrichen, auch zu Beteiligten zu machen. Und damit können die selber auch besser verstehen, um was es geht und vielleicht auch sagen, das interessiert mich, da bin ich gern dabei. Und dieses Awareness schaffen und auch mal verstehen, wie das alles zusammenhängt. Bei den IT-Managern, denen ich begegne, die sagen, ach ja, wir haben schlaue Leute, einmal Schulung reicht, ein Change brauchen wir nicht. Kennst du wahrscheinlich auch dann so. Dass man denen auch etwas an die Hand gibt und sagt, dafür ist das wichtig. Und so hängt das Ganze zusammen. Und das ist das Ergebnis, das wir anstreben. Dass also nicht damit jetzt einer sagen, okay, gratuliere, du bist jetzt Change Manager, hier liest das Handbuch durch und für das Projekt, sondern eher, dass dann die anderen, die da beteiligt sind, dann auch die Zusammenhänge bestehen, um dann ihre Rolle da finden können. Nee, also, da hast du mir gerade das Wort vorweg abgenommen. Ich finde es halt auch ganz wichtig, du sagtest irgendwie vorhin irgendwie im Nebensatz, Kulturveränderung, das sei eine andere Form von Change-Projekt. Okay, du hattest so eine Auflösung. Und ich, also aus Projekten, die schlecht gelauten, weiß ich einfach, für bestimmte Anwendungen und Szenarien ist eine ernsthafte Kulturveränderung notwendig. Und deshalb ist das ganz, ganz wichtig, je nachdem, welche Software ist ja sehr unterschiedlich, halt nicht dieses klassische Stakeholder-Management aus dem Projektmanagement zu nehmen, was ja häufig erst, ich habe das alles durchgeplant, und jetzt kommt mein Rollout und jetzt machen wir Change Management. Das ist halt schon viel zu spät und ganz wichtig, dass halt schon in der Frühphase tatsächlich Mitarbeiter mitbeteiligt werden. Ja, aber es ist, der Fokus aus dem klassischen Stakeholder-Management, aus dem Projektmanagement kommen, ist halt ganz häufig ein ganz anderer Ansatz, der viel, viel später überhaupt erst ins Projekt reinkommt. Das ist die Projektplanung abgeschlossen und alles. Und dann sind viele Mitarbeiter einfach schon raus bei Software-Projekten. Ja, vielleicht kann ich da gerade was zu sagen, weil du hast das Thema Stakeholder-Management und Projektmanagement angesprochen. Und wir haben das Kapitel 5, das ist auch besetzt, habe ich übernommen, und die Christine, und genau da geht es auch darum. Also diesen Change anders verstehen Widerstände zum Beispiel eben, das ist nicht die Aufgabe des Change, die Widerstände möglichst klein zu halten, sondern ein anderes Verhältnis zu Widerständen zu entwickeln, einen anderen Blick auf Widerstände. und genau, also das Nicht-Stakeholder-Management oder Change-Management als Instrument zu nutzen, um etwas, was nicht funktioniert, gut durchzubringen. Also du hast mich ja auch angefragt, dass ich da ein bisschen kritischeres Feedback, ein bisschen kritisches Feedback geben darf oder soll. Ich habe mir mal versucht, auf einer Ebene, eine weiter oben das mal anzuschauen. Ich habe mir das jetzt einfach so hingeschmiert, das kann ich hier so momentan nicht zeigen, weil das kann eh keiner lesen. Aber im Endeffekt, die vier Beteiligten von so einem Projekt-Change, IT-Change, sind einmal der Provider, in eurem Fall halt SAP oder Microsoft oder irgendjemand, der möchte etwas anbieten, was verkaufen, was idealerweise auch genutzt wird. Dann gibt es denjenigen, der das entscheidet, dass es gekauft wird. Das ist in der Regel das CIO oder irgendjemand, der genug Geld und Budget und Verantwortung hat. In der Regel, Geschäftsleitung. In der Regel jemand, der diese Tools selber nie nutzt. Also, ihr verkauft was an jemanden, der es selber nie nutzen wird. Dann gibt es ein Projekt-Team, die sollen das, was jemand anders gekauft hat, jetzt in ihre Organisation einführen. An jemanden, eine Zielgruppe. Und jetzt muss man ganz ehrlich sein, und das hat nichts mit euren Puls zu tun, egal ob das SAP, Microsoft, sonst was ist. Die Gründe eines CIOs oder eines Entscheiders in einer Organisation, ein zentrales Tool einzuführen. Das Kosten oder Effizienz. Und in der Regel heißt es, für die Leute, die dieses Tool bekommen, Mehraufwand, Angst. Ich werde vom Experten in meinem alten System zum Anfänger im neuen System. Ich werde, ich verliere. Ich bin eigentlich derjenige, der der Anwender ist, ist in so einer Organisation immer der Verlierer. Erstmal. Egal, wie gut die Software ist. Das hat damit erstmal noch nichts zu tun. Weil das Ziel einer zentralen Software, genau. Der Benefit für die Organisation ist der Mehraufwand des Einzelnen. Erstmal. So, das muss man im Kopf verstehen. Das heißt, ich habe automatisch bei Change Management, wenn ich es überhaupt so nennen würde, da komme ich gleich noch dazu, immer die Situation, es gibt hier zwei Beteiligte, die gewinnen, die benutzen es aber nicht. Und es gibt die, die es benutzen und die eigentlich erstmal verlieren. Das heißt, jetzt kann ich mit Kommunikation das schön reden und ich kann es noch irgendwie schön verpacken, aber das wird an der Situation nichts ändern. Es sei denn, und jetzt könnte man sagen, jetzt machen wir eine richtige Veränderung. Also zum Beispiel eine Rahmenveränderung, wer jemand, der entscheidet, dass in einer Organisation eine Software eingeführt wird, muss sie selber ein Jahr lang verwenden. Es ist relativ einfach, dass das dann sehr schnell nicht mehr passieren wird, dass die Software eingeführt wird, weil die ist irgendwie so und so. Also wäre es eine Möglichkeit. Zweitens, diese Gruppe, die die Zielgruppe ist, das ja in vielen sind, du hast es auch genannt, Partizipation. Je früher ich die einbinde, umso eher können die ja auch beitragen, was wäre denn für mich Effizienz? Was würde denn für mich als derjenige, der ja die Arbeit macht, eine echte Erleichterung sein? Was wäre eine echte Lösung auf ein Problem, das ich auch wirklich habe? Also das wäre erstmal so eine ganz Meta-Level-Geschichte, die man sich anschauen sollte, weil wenn man auf der Ebene schon feststellt, die können ja gar nicht gewinnen, dann brauche ich da auch keine Personas machen, weil ob ich jetzt Persona minus drei oder minus fünf bin, es ist immer Minus. Dann das Zweite, Change, ihr habt es jetzt auch bewusst, vermute ich Change Management genannt. Change Management als Begriff kommt von Managere, ist Command and Control. Ist gleich one size fits all. Ist gleich natürlich Personas und Personas, laut Geneffin, ist eigentlich eine respektlose Vereinfachung von Diversität. Das ist jetzt sehr platt und auf einen Strich. Das heißt aber, es ist gut zu sehen, dass Menschen unterschiedlich sind. Ja, das hilft mir zu sehen, dass ein Manager im Executive-Bereich vermutlich anders tickt als jemand im Support oder jemand, der Elektronikentwicklung macht. Nur wenn ich jetzt diese Reihe fortsetze, dann werde ich irgendwann mit Personas über die zehn kommen. Und wenn ich mehr als zehn Personas habe, dann wird es sowieso unübersichtlich, dann brauche ich auch keine Personas mehr. Also ich würde lieber anstelle mit fünf Schubladen die Organisation zu beschreiben, mit den Leuten selber reden. Und dafür haben wir heute die Werkzeuge, die heißen Enterprise Social Network. Das sind bidirektionale Kommunikationskanäle. Wir haben die Möglichkeit, mit der gesamten Organisation zu sprechen. Also wir haben das auch gemacht, das geht auch seit zehn Jahren. Und diese Kollaboration, diese Kooperation, und darum verwende ich immer gerne den Titel Leading Change, also den Change begleiten, weil etwas anderes ist es nicht. Managen kann man nicht, es geht um Menschen. Wenn ich ihn begleite, dann sind meine zwei Sachen nicht Command & Control, sondern Transparenz und Beteiligung. Das sind meine zwei wichtigsten Dinge. Transparenz in Form von, wieso wollen wir das tun? Jetzt sind wir bei Simon Sinnen, Start, Ruhai. Wieso das Ganze? Und da kann dabei herauskommen, dass es für den Einzelnen negativ ist. Wenn es aber für die Organisation deswegen besser ist und damit jeder noch einen Job hat in zehn Jahren, dann ist dieses Why wichtig zu klären, auch wenn es für den Einzelnen negativ ist. Alles gut, man geht. Ich habe es vorhin gesagt, also der Titel, also Änderung gestalten, ist mir schon auch lieber. Würde ich einfach empfehlen. Auch das Thema, was du gesagt hast. Das ist einer der Gründe, warum wir sowas machen. Falloff wird dann in der Kommunikation, gibt es ein Vision Statement und irgendeinen tollen Titel, Projekt Alpha und ein Zehn-Jahres-Projekt oder so. Und der individuelle Nutzen und die individuelle Story, die wird total außen vor gelassen. Und da geht es nicht darum, jetzt irgendwas vom Pferd zu erzählen, sondern wirklich rauszuarbeiten, wie betrifft es den Einzelnen, aber auch, was es der nutzt. Natürlich muss man ehrlich sein, es ist auch vielleicht für manche Mehrarbeit oder andere Arbeit oder manche Rollen fallen weg vielleicht sogar. Und das ist super wichtig, gerade bei Kommunikation. Aber absolut. Aber ich wollte mich jetzt nicht rechtfertigen, aber absolut waren die Punkte. Also danke für dein Feedback und meine Frage ist, wo können wir diese Diskussion oder diese Unterschiedlichkeit in der Betrachtung von Change Management respektive Leading unterbringen? So, jetzt gebe ich aber erst mal an dich. Also ich begleite jetzt schon seit mehreren Jahren Change-Projekte und ich finde die Idee gut, den Leitfaden umzubenennen, in Veränderung begleiten oder unterstützen. Bei mir ist angekommen, dass eure Zielgruppe eigentlich die, also ihr wollt einen allgemeinen Überblick über Veränderungen oder Veränderungsprojekte im Unternehmen, also was bewirkt das bei dem Einzelnen im Unternehmen, wollt ihr quasi hier eine Grundlage dafür schaffen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, weil es geht bei Veränderungsprojekten und das ist das, was ich erlebe in den Organisationen, ganz viel um Angst und Angst bedeutet Emotion und wenn man ein Bewusstsein dafür schafft, warum diese Angst entsteht und wie sie sich, in welchen Formen von Emotionen es zum Ausdruck bringt und hier einfach mehr Bewusstsein schafft, gar nicht mehr auf diese Entscheidungen, warum und Wort und so, sondern es geht wirklich darum, dass die Beteiligten in einer Organisation oder in Projektgruppen erst einmal verstehen, warum gibt es überhaupt diese Emotionen und was macht es mit mir als Beteiligter, der das merkt, vielleicht auch als Projektleiter und kann dann mit verschiedenen Übungen oder auch mit verschiedenen Perspektivwechseln viel besser mit diesen Emotionen in Projekten oder in Veränderungsprozessen umgehen. Und von daher finde ich den Ansatz, den ihr habt, wirklich super und ich glaube, da kann man ganz viel draus machen, auch mit den Themen. Das muss man vielleicht jetzt nochmal ein bisschen tiefer legen und vielleicht orientiert die Ausrichtung eher in diese emotionale Ebene bringen, aber ansonsten seid ihr da auf einem richtigen, guten Weg. Noch ein Kommentar. Was mir jetzt dazu kommt, ist, vielleicht machen wir sogar ein eigenes Kapitel, weil eigentlich geht es ja dabei um die emotionalen Themen und jetzt nicht nochmal ein besseres Projektmanagement zu machen. Das wollen wir gar nicht und das verstehen auch viele falsch. Eine Transformation oder ein organisationales Change-Management ist ja gerade, geht um die Menschen und jetzt nicht noch bessere Prozesse oder so zu machen. Also super Punkt, ja. Müssen wir mal gucken. Willst du vielleicht da ein Kapitel übernehmen? Fände ich super. Ja, super, cool. Projekte sind ja Projekte sind ja, ich sag mal, geplant. Aber Veränderungen kommen in unserer VUCA-Welt gerade ungeplant rein und führen genauso zu Ängsten und führen genauso zu Unsicherheiten. Und wenn wir was in der Richtung machen, dass wir da eine Sicherheit geben können oder einen Rahmen geben können oder Schutzplanken, Leitplanke mit aufbauen oder einfach das auch erläutern, warum sowas passiert, warum gerade ein Wettbewerber ganz extrem uns anfährt oder warum Corona da ist und was wir dagegen machen können, dann nehmen wir die Menschen mit und respektieren sie auf Augenhöhe und dann machen wir wirklich, wie der Rainer gesagt hat, die Betroffenen zu Beteiligten und dann können wir auch Ängste, finde ich, zurückfahren. Wer möchte? Nee. Ich mache trotzdem. Ja, also ich wollte nochmal das Angriffen haben, was du gesagt hast. Also, dass man keine Schublade machen soll, ist schon klar. Trotzdem hat man natürlich unterschiedliche Zielgruppen. Also muss man schon sich mal im Klaren sein. Also es ist was anderes, wenn ich jetzt, ich nenne es immer Non-Desktop-Worker und Desktop-Worker, wenn man die halt unterscheidet, das sind halt, das ist halt trotzdem, die muss man anders ansprechen wie im Management. Also da gibt es schon nochmal Unterschiede. Aber was, ich will trotzdem daran anschließen, dass das Reden mit den künftig Betroffenen schon sehr früh stattfinden muss. Also wir oder ich habe das Credo, bei uns starten Projekte, wir sind ja im Microsoft 365-Feld unterwegs und das ist nicht so, dass wir einfach, wie du sagst, einfach Software den Leuten überstülpen wollen. Also da ist sie, sondern das ist ja ein ganzer Blumenstrauß von Werkzeugen. Es geht ja erstmal darum, das auch so zu gestalten und die Werkzeuge rauszusuchen und die auch zu konfigurieren, eventuell anzupassen, zu tunen, sodass das dann auch zu den Menschen passt und zu deren Problemen auch passt. Also das ist wirklich, auch hilft, Probleme zu lösen. Und bei uns fängt dieses Thema Change schon da an. Wäre das Erste, was wir machen, mit Zielgruppen zu arbeiten, also mit denen zu reden. Was habt ihr denn für Probleme? Wo können wir euch helfen? Wie können wir eure Arbeit im Alltag verbessern? Also das ist bei uns der Ansatzpunkt. Und daraus resultieren dann aber auch Ansätze des Change Management. Wenn die dann sagen, oh, ich verstehe das oder das verstehe ich nicht. Ja, also warum sollen wir denn ganz einfach, wir führen Teams ein. Ja, warum sollen wir denn künftig keine E-Mails verschicken, hausintern? Das hat doch bisher immer geklappt. Und dann habe ich schon, solche Fragen habe ich, kriege ich immer wieder. Jetzt müssen, muss man aber mal argumentieren. Nutzt lieber die Chatfunktion, die Unterhaltungsfunktion von Teams. Ja, warum? So, ja, aber unterdessen habe ich ein gutes Argumentationsmuster, wo ich auch die Leute gut überzeugen kann, dass es langfristig, das ist immer schon richtig, am Anfang ist es eine Umstellung. Also weg von meiner gewohnten E-Mail, schon seit zehn Jahren schicke ich Dokumente mit Anhängen, hat schon immer funktioniert und plötzlich sollte ich das ganz anders machen. Aber ich, an der Stelle, bekomme ich die Fragen gestellt, die ich dann auch später im Change-Prozess dann eben auch darauf Antworten geben muss. Also ich würde viel früher anfangen und nicht erst, oh, wir haben jetzt die fertige Software, die ist fertig konfiguriert, jetzt kommt der Change-Prozess. Für mich viel zu spät. Oder wenn du Lust hast, kannst du auch gern, ich zum Beispiel als Proof-Reader, wenn wir, oder kannst du auch gern mitmachen, wenn dir interessiert was. Also das freuen wir uns, wenn jemand, der Einholungsvorstellungen begleitet. Er hat, ja, er ist zuerst. Hallo. Wir haben noch drei Minuten. Und dann ganz kurz, also ich, also ich habe mir eben auch nochmal euer Inhaltsverzeichnis angeschaut. Als Anregung möchte ich die Frage stellen, habt ihr über das Thema Messung, Metrics, Erfolgsfaktoren, Realizing, Business Benefits, habt ihr darüber nachgedacht? Weil das halt, ich weiß nicht, ob es eher im Projektmanagement ansiedelt, aber es sollte nicht zwischen Projektmanagement und Changemanagement vergessen werden. Weil es halt zum einen dem Projekt Erfolg halt wirklich misst und es ist halt dann auch für den Change sehr, sehr hilfreich, wenn man dann eben auch entsprechende Erfolgsnachrichten dann auch mit kommunizieren kann für unterschiedlichste Säkulabungen. Das war eigentlich Nummer 10, Feedback Monitoring, also gibt es so Ansätze vom Datengestützten, dass so verschiedene, also Akzeptanz können, haben die Leute Selbstwirksamkeitserleben und was auch immer. Da gibt es so verschiedene Messkriterien, wo es auch gute Forschung gibt dazu. Natürlich darf man es nicht übertreiben mit dem Messen. Es gibt natürlich verschiedene Arten, muss ja nicht nur bei der Befragung sein. Also das ist in Kapitel 10 unter Feedback und Monitoring angedacht. Herr Kuh, wer will denn noch mitmachen? Ich hätte nur noch ganz kurz, weil Schwierigkeit ist ja bei komplexen Sachen, dass man es ja nicht mit einem Satz erklären kann. Also ich wollte einfach nur nochmal als wirklich ganz praktisches Beispiel mit dem Personas reingehen. Natürlich ist es im Change Management leichter sich zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe, die in irgendeiner Form zu strukturieren und zu sagen, die erreiche ich per Teams, die erreiche ich per Chat oder per E-Mail und die erreiche ich mit dem Megafon. Also dafür war das super. Wir machen es umgekehrt. Wir haben alle Leute in das ESN reingeholt, 30.000 Leute waren am Schluss drin und haben sie gefragt, wie wollt ihr denn? Und über die Diskussion der Leute untereinander haben sich Häufungen gebildet, die im Endeffekt die echten Personas waren und die waren eben nicht so, wie wir sie einkategorisiert hätten, sondern die waren wirklich Interessen getrieben, Arbeitsplatz getrieben und so und die haben untereinander ausgemacht, was ihnen wichtig ist und haben damit genau die Stories, die du sagst, die du brauchst zur Argumentation, ja selber gefunden, weil sie sich selber erklärt haben, wenn ich das könnte, das wäre super und der Nachbar sagt, ja, aber das kann das Tool ja, probier mal das und plötzlich hast du einen Social Support am Laufen und wenn das Ganze noch entsprechend mit AI und ein bisschen im Ticketsystem und plötzlich hast du einen Support Wing, du hast ein Leadership, du hast Change Management, es läuft von selber, wenn die Leute beteiligt sind und von Anfang an mitmachen dürfen. Ich glaube, ich glaube, ich muss was richtigstellen. Wir haben die Persona-Arbeit nicht integriert in unseren Leitfaden als Methode für einen Change-Prozess, sondern wir haben die Persona-Arbeit für uns gemacht, um uns darüber klar zu werden, wer ist unsere Zielgruppe, als wer ist der User des Leitfadens jenseits der Anwender der Software, sondern diejenigen, die eben das erste Mal mit so einem Change-in-IT-Projekt wie bitte? Ja, ja, sicher, das spielt da rein, aber die Personas, die war jetzt für uns eine Methode zu gucken, wer ist überhaupt die Zielgruppe vom Leitfaden. Das war für uns nur am Anfang, du guckst, was ist das Ziel vom Leitfaden überhaupt, für wen ist es und da war das so die Hinarbeit, um so Menschen besser zu verstehen, da ist es halt hilfreich. Besser, wenn natürlich wir in Interviews mit oder so, aber... Also, was ich nicht nehme für den Stakeholder ist die Rolle von Monsieur Louis T-Shirt. Da komme ich gerne nochmal auf dich zu, ich glaube, wir haben uns letztes Mal schon verdrahtet und dann frage ich nochmal Namen. Und dann, ja, wer macht noch mit? Wir haben jetzt eine Meldung. Harald hat gesagt, er würde hier den... Ich lese. Ja, Harald liest auch. Also, ich glaube, wir sind jetzt erst mal... Was ist hier mit unseren Online-Menschen? Seid ihr dabei oder gibt es jemanden, der mitmachen möchte? Wer die Hand unten lässt, ist dabei. ganz vielen Dank auch nochmal, dass so viele dazugekommen sind. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nochmal einen neuen Boost und nächstes Jahr mindestens, spätestens, dass wir dann fertig sind und vielleicht über erste Erfahrungen berichten können, vielleicht schon über einen Prototyp-Lauf. also vielen Dank an euch alle, auch an die Online-Menschen. Danke.